servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal mit patch 10.1 kommt mal wieder eine neue zone ins spiel diesmal kann blizzard diese aber nicht einfach so auf die world map mit hinzu kleistern da sich diese zone quasi unter den drachen inseln befindet spielt ja alles in einer höhle dementsprechend wird aber natürlich trotzdem die world map angepasst und das wollen wir uns in diesem kleinen video jetzt mal anschauen ist keine spektakuläre änderung aber nehmen wir der vollständigkeit halber mal mit nicht dass ihr dann wenn patch 10.1 kommt überrascht werdet das ganze wurde ja schon oft gemacht zum beispiel jetzt hier in bfa da wurde dann nasiatar über diesen button so eingeblendet in den schattenlanden sereth mortis wurde dann extra hier so unten rein gefügt oder hinzugefügt in warlords of draenor hatten wir das ganze nicht aber beispielsweise in legion wenn wir da mal auf die verheerten inseln klicken wurde dann hier argus ebenfalls mit so einem schnipsel oben reingezimmert und genauso wird es dann in den drachen inseln sein oder auf den drachen inseln so sieht die map jetzt aus und hier unten bekommen wir dann so einen kleinen zusatz das ganze könnt ihr euch hier angucken drachen inseln serelek cavern zumindest vom stil finde ich es ganz nett gemacht also man sieht denke ich recht eindeutig dass das unter dem rest liegt von daher würde ich sagen schon mal ganz nett umgesetzt und der eingang zu dem gebiet das haben wir ja schon mal in einem extra video gemacht befindet sich ungefähr hier an der stelle wo mein mauszeiger jetzt ist auf der schnittstelle zwischen den ebenen von onara und thaldrasus da kommt ihr dann in diese höhlen rein und das ist die letzten endes höhlen map und wenn ihr euch in dieser höhlen ansicht befindet habt ihr hier unten rechts wieder den schnipsel wodurch ihr zurück klicken könnt auf die map der drachen inseln finde ich ganz charmant gelöst würde ich jetzt mal sagen auch wenn es nichts super besonderes ist aber zum beispiel hier bei argus konnte man jetzt nicht einfach also ich kann jetzt nicht hier hinten auf azeroth klicken und man kommt wieder zurück sondern ich müsste dann hier oben über die verhehrten inseln gehen ist jetzt nur ein kleiner kleiner wirklich kleiner unterschied aber ich wollte es nichtsdestotrotz mal erwähnt haben da das was ist was ich so ehrlich gesagt etwas schöner finde bei nasiata ging das tatsächlich zander la kultiras also irgendwann später hat blizzard das ganze hinzugefügt aber es war halt nicht immer so sagen wir es mal auf diese art und weise damit sind wir auch schon durch für das heutige video ich wünsche euch noch einen wunderbaren sonntag lasst es euch gut gehen bis zum nächsten video und rein gehauen